Hallo YouTuber und willkommen zu einem neuen Faultyland-Video. Evil Juice Licky Lime. Ich war vorhin im Discounter an so einem Wühltisch vorbei und dann dachte ich mir, das kenne ich noch gar nicht. Rauch steht drauf, also unser österreichischer Fruchtsafthersteller. Und die denken sich, jeder kann Energydrinks, wir auch. Also nehmen wir so eine Dose, halben Liter, nehmen uns eine coole Marke, Evil Juice, nehmen den Typen, der, was weiß ich, für die Geissens, für Roberto Geissini da Klamotten erstellt und dann kommt sowas bei raus und dann nehmen wir das Ganze Licky Lime und Vitamin Boosted oder Vitamin Boosted und schon fertig ist unser Energydrink. Ich muss sagen, meine Erwartungen sind hoch, gerade weil es ja eigentlich von einem qualitativ hochwertigen Hersteller eigentlich daherkommt. Gucken wir mal, was das Ganze taugt. Was haben wir drin? Fünf Vitamine, Fruchtgehalt, 10% Zutaten, Wasser, also Fruchtgehalt 10%, jetzt Zutaten, Wasser, Apfelsaft, Apfelsaft, Konzentrat, Zucker, 1% Limettensaft, Limettensaft, Konzentrat, Kohlensäure, Säure, Zitronensäure, Aroma, Verdickungsmittel, modifizierte Stärke, pflanzliche Öle, Kokosnuss und Grabs in Klammern und dann noch ein paar Vitamine und das war's und das war's. Gut, wir haben die Sache mit den fünf Vitaminen und ein bisschen Apfelsaft und ein bisschen Limettensaft. Das Ganze hat 41 Kilokalorien pro 100 Milliliter und wenn ich jetzt versuche, den Koffeingehalt zu finden, finde ich gar nichts. Warum denn eigentlich? Ist das etwa kein Soft Sparkling? Ist das etwa kein Energydrink? Sagt jetzt mal nicht, ich habe das komplett falsch gesehen. Ne, da ist auch keine Warnung für Schwangere, nicht für Kinder. Warum trinke ich das denn dann, wenn es kein Energydrink ist? Ne, da steht auch nichts von, 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 nicht Nikotin, nein, wie heißt es nochmal? Äh, Dingsbums drauf. Krass, nix. Das ist ja noch nicht mein Energydrink. Ja gut, jetzt bin ich mal gespannt. Gut, dann nehme ich alles zurück. Dann ist es doch nicht unser nächster 0815 Monster oder Rockstar-Klon, sondern was eigenes. Gut, schnüffeln wir mal fix. Ja, der ein oder andere würde jetzt Limette oder leichtes Zitronenaroma rufen. Der dritte vielleicht so ein bisschen, ja nicht Klosteinreiniger oder sowas, aber ist halt dieser leichte Zitrusgeruch, der rauskommt. Aber nicht wirklich viel. Da muss man sich echt anstrengen. Gucken, filmen wir es mal um. Ich gehe jetzt mal von, wenn ich jetzt tippen müsste, halt von der grünen Flüssigkeit aus. Jicky Lime. Gucken wir mal. Oh, schön, schön, schön. Ich nehme alles zurück. Unkenrufe. Mann, das sieht ja fast hier aus wirklich wie Schleim. Also, da passt das Dosen-Design hier mit dem Typen, der da die Limette im Auge hat und dann der Schleim vom Schädel tropft. Schön gemacht. Also da mal ganz ehrlich. Das ist doch mal was. Ich kann nicht durchgucken. Die Farbe wirkt dermaßen unnatürlich wie Slimer von den Ghostbusters. Das ist doch mal was Cooles. Also, meine ich jetzt wirklich positiv gerade. Gut, die Schaum, viele Schaumbildungen dazu. Na ja, das Bläschenzeug. Und jetzt schnüpfen wir hier nochmal. Deutlich mehr künstliches Limettenaroma, was einem da entgegenkommt. Ja. Hätte jetzt mir einer gesagt, das soll ein Kiwisaft sein. Okay, warum nicht? Aber ich bin jetzt ja hin und weg. Also, optisch. Schön. Prost. Okay. Sauer ist es. Sauer ist... Oh. Aber ich will nicht sagen, jetzt natürlich sauer. Deutlich nicht wie, dass wir vielen Sour Apple, was auch immer da Rockstar Drinks oder sowas hatten, sondern irgendwie wirkt es natürlicher. Oder ich bilde mir das jetzt einfach ein, dass es jetzt Rauch ist und jetzt muss es gesund sein. Es ist dickflüssig. Es kommt deutlich mehr an den Saft dran, von der Konsistenz, als von der Limonade. Oder, ich sage jetzt mal, von einem Energy Drink, wo wir es ja eigentlich eher mit viel mehr, was soll man sagen, Klarheit, Wässrigkeit haben. Hier merkt man einfach, es ist dickflüssiger. Ohne jetzt da zu denken, also wäre es dann richtig an Saft oder Saft ohne Stückchen oder sowas. Nee. Aber es ist einfach dickflüssiger. Gut, ich habe ja eben auch was mit Verdickungsmitteln vorgeschlagen. Verdickungsmittel. Vielleicht deswegen. Es hat tatsächlich etwas leicht von einem Saft oder eher von einer Schorle. Also ich mir denke, warum nicht? Jetzt ist aber mein Problem, ich weiß, dass es Wasser drin ist, ich weiß, dass Apfelsaft drin ist, ich weiß, dass Zucker drin ist und ich weiß, dass 1% Limettensaft drin ist. So richtig viel an reinem Saft hat es wahrscheinlich wieder weniger. Und auch bei 41 Kilokalorien ist es ja dann doch eher auf der ungesunden Getränkeseite, auf der ich trinke jetzt was Natürliches, was Gesundes, was fluffig Leichtes, sondern halt schon eher eins von den dickmachenden Genussmitteln. Formulieren wir es mal so. Aber es ist lecker, wenn man denn sauer mag, denn das Saure ist absolut da. Es passt sehr gut zur Farbe, dass ich dieses gar nicht so genau, wie sie es draufgeschrieben haben, ein Licky Leim, auch wenn es ein Licky Leim jetzt wenig was mit sauer zu tun hat, aber es ist deutlich mehr saure, saurig, sauer, als dass ich mir denke, es ist jetzt ein normales Saftgetränkzeugs. So muss man es halt sehen. Es ist ein Saft, der sauer ist. Das klingt jetzt total bescheuert, weil die Inhaltsstoffe halt das gar nicht so auf dem Level wiedergeben. Aber es ist eine von den interessantesten Getränke-Geschmackserfahrungen, die ich in den letzten Monaten hier locker hatte. Und hier war einiges Zeug. Aber das ist schon mal was, wo ich mir denke, schön. Das Einzige, wo ich mir jetzt noch denke, ist, warum wird das dann nicht noch mehr als, sie schreiben, Vitaminbooster. Ganz ehrlich, wenn ich so eine Dose beim Discounter oder in welchem Supermarkt auch immer sehe, komme ich doch nicht auf die Idee, dass das jetzt irgendwie was Gesundes ist. So ein Vitaminbooster oder irgend so was. Das könnte man vielleicht noch ein bisschen hervorheben. Jeder geht wahrscheinlich davon aus, dass es wirklich wieder der nächste 0815 Energy Drink ist. Und ich will jetzt gar nicht wissen, wie viele das bisher als Energy Drink getrunken haben und sich denken, jetzt kickt das Koffein rein. Und jetzt hoppele ich noch mal ein bisschen weiter. Und dabei war es nur Saft. Gut, vielleicht haben euch die Vitamine dann geboostet. Kann man sich geben. Aber dann, ich würde mir, wahrscheinlich gibt es auch noch andere Sorten davon. Muss ich mal ein bisschen suchen. Aber gleichzeitig wird es sich doch auch schon fast wieder anbieten, so daraus auch einen Energy Drink zu machen. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht will man ja gerade einfach eine Alternative zu den ganzen Energy Drinks sein. Ja, farblich, geschmacklich isst man es auf jeden Fall und auch von der Konsistenz. Ich weiß nur noch nicht, ob ich mich damit durchsetze. Aber interessant ist es auf jeden Fall. Aber das soll es jetzt gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Probieren. Fülle ich dir auch ein Glas ab. Ist interessant. Doch, mach mal. Ich hätte auch.